und was geht ab jetzt zu kommen zu einem neuen video und somit auch zu minecraft badwars 8.0 ich wollte gerade 9.0 sagen aber das ist minecraft badwars 8.0 und wir gehen direkt in minecraft badwars rein ohne viel labern zu schnackern zu lackern ist das letzte wort ich weiß es nicht keine ahnung aber wir gehen direkt rein in minecraft badwars und wir sind direkt in der lobby drinnen hier unten sieht man schon die map das ist diese kran map mal wieder die finde ich auf blox mc sehr sehr nice weil man alleine auf dieser map alleine halt sehr krass sich einbauen kann bzw auf dieser ballon map da kann man sich übelst gut auf blox mc einbauen auf blox mc müsst ihr halt allerdings beachten dass ihr euch registrieren müsst mit einfach slash register dann einem beliebigen namen ihr könnt euren minecraft namen dafür nehmen oder halt ja also ihr müsst nicht unbedingt euren minecraft namen dafür nehmen aber ihr könnt euren minecraft namen dafür nehmen und ihr müsst doppelt dann eingeben und dann müsst ihr einmal enter dann müsst ihr slash login login und dann euren sogenannten minecraft namen wenn ihr den habt oder halt das was ihr als passwort nehmen wolltet das müsst ihr dann einfach da eingeben damit ihr dann auf blox mc spielen könnt und da habt ihr auch euren minecraft skin also das habe ich schon also es gibt manchmal auch momente wo er wurde dann nicht da ist das gibt es auf blox mc was das nervt mich persönlich aber auch aber was soll man machen ist halt so ein kleiner minecraft server wo auch leute mit nicht gekauften microsoft drauf spielen können finde ich eine ganz nette geste und ja aber auf halbixel macht es mir irgendwie mehr spaß zumindest ins bad was solo mäßig macht es mir auf halbixel mehr spaß als auf blox mc du mäßig mit einem kumpel mehr auf blox mc natürlich aber ja mal gucken ahja und was ich schon mal sagen kann folge 10 also genau folge 10 wird tatsächlich eine duo runde die auch noch am 20 10 aufgenommen wird also auch noch heute dann wird adam h immer bis die kürz bei ebraten nicht ich brauche nicht ein bisschen eingekauft sage ich mal dass ich raten der hat mein bett freigesprengt hat er nicht krass der hat mein bett nicht freisprengt ich habe noch mal ein bisschen besser das bett ein jetzt also besser wusste da habe ich den jetzt verfehlt ja gut egal ja wir spawnen ja ich glaube ich noch schnell ja gut schnell genug kustost alter der natz mich halt gerade was da hat mich halt wieder doch genutzt egal wir sehen uns in der nächsten runde also dass der typ mich noch gerade eben genutzt hat das ist ja unglaublich das lustige ist wisst ihr was das lustige ist ich habe genau denselben skin ich habe genau diesen genau diesen squid game skin habe ich auch in meiner bibliothek drin im minecraft genau denselben vielleicht nutze ich den irgendwann mal für ein video vielleicht in minecraft hardcore dass ich da tatsächlich mit dem squid game character rumlaufen mal gucken ich werde auch mein kumpel heute fragen ob er dann bei diesem minecraft hardcore mitmachen möchte das server komplett auf hardcore gestellt und es gibt keinen spawn schutz und die monster werden nicht auf friedlich oder einfach sein die werden auf einer anderen stufe sein das wird sich aber dann noch klären wenn es soweit ist vielleicht werde ich das sogar so machen dass ich minecraft hardcore mit mehreren leuten zocke aber das weiß ich noch nicht das wird sich dann entscheiden wenn es soweit ist so ich habe jetzt schon über den stack so ich hole jetzt erstmal nur ein paar blöcke möchte jetzt hier nicht übertreiben er bei kommt auch ein video online wie man sich jetzt habe ich vergessen was ich sagen wollte eigentlich wollte ich eigentlich wollte ich was komplett anderes sagen aber irgendwie kam gerade irgendwie kam gerade irgendwie in den kopf mein kopf so von wegen ja bei kommt neues video wo man sich wie man sich ja dabei wollte ich gar nicht sagen von wegen tutorial mäßig da kommt jetzt erstmal nichts mehr also das nächste tutorial video wird noch einige zeit dauern das kommt erst nächstes jahr schätze ich also das nächste tutorial video kommt wahrscheinlich erst nächstes jahr online und wird auch nächstes jahr erst aufgenommen weil die restliche zeit dieses jahres geht komplette microsoft badwars und microsoft hardcore aufnahme mäßig und ja ich bin mal gespannt wie microsoft hardcore bei euch ankommen wird weil da habe ich mir ein bisschen was überlegt schon und ich werde versuchen jeden tag auch was aufzunehmen dann es kann auch sein dass ich jetzt erstmal 15 folgen badwars raus ballern und ich dann erst anfangen mit microsoft hardcore aufnahme also dass ich sag 15 folgen badwars, badwars, pause und dann geht microsoft hardcore los das ist halt so meine idee und ja aber ich hatte ich habe die idee noch nicht ganz umgesetzt im kopf im kopf ist die noch nicht ganz umgesetzt denn ich bin im moment auch noch am überlegen wie ich das macht mit microsoft hardcore und wie ich das mache und wann ich das mache vor allen dingen weil jetzt überlegt mal jetzt ist das mal folge 8 von badwars also übrigens nur folge 10 wird eine badwars duo runde 11 12 13 14 15 werden eine oder werden double werden solorunden sein die aus ehre kurs raus geht kurs ja aber wie gesagt komplett bis folge 15 außer folge 10 werden solorunden sein und danach geht microsoft hardcore los hoffe ich mal dass das dann so klappt wie ich mir das vorstelle und selbst wenn nicht dann wäre das ja auch nicht wirklich so schlimm wenn das wenn sich microsoft hardcore verspätet das wäre nicht schlimm weil ich muss ja auch gucken wie das dann zeitmäßig passt mit schule auch noch gleichzeitig und ja aber das kriege ich schon hin kriege ich schon hin nachher werde ich mit noch mit dem kumpel drüber reden mit dem ich auch nachher noch eine folge badwars aufnehme badwars da uns also teamrunde kommt ja heute auch noch beziehungsweise wer wird heute aufgenommen kommen weiß ich nicht weiß ich wann die online kommt schätze mal irgendwann hoffentlich noch im november weil jetzt ich habe heute also am 20.10. habe ich erst folge 2 hochgeladen die sollte eigentlich erst am 23 kommen und ich habe die jetzt schon hochgeladen ja ich muss halt gucken wie das passt zum zeitmäßig und zeitlich ja ist ein richtiges deutsch also was brauche ich jetzt für das nächste vier ne ja vier vier emirates vier dears jetzt geht noch mal auf den feuerball und dann gehen wir noch mal zurück zu den dears und holen uns mal eben vier stück was ich bezweifle dass da schon wieder vier liegen ne da liegt gerade mal einer bro oh da hinten ist chayan nein hilfe was jetzt nein toll jetzt wegen dieser shift dingsbums da ist mein microsoft gerade so gesehen ausgegangen lol das ist eigentlich ein feld dem muss man drin lassen oder den muss man drin lassen das ist halt ein zu lustiger feld einfach auch den lasse ich sogar drin warum habe ich den t gekauft und wann habe ich das gekauft bitte wann habe ich bitte das tnt gekauft ich kann mich nicht daran erinnern das tnt gekauft zu haben ja okay ja komm gönn dir die deals können dir ich habe erstmal genug selbst wenn du rüber kommen sollte es explodiert dich einfach weg ganz einfache nummer ich weiß nicht was er vor hat also ich weiß nicht was er jetzt gerade plant ich gucke ich überfalle ich schaffe mal kurz so eine übersicht wer lebt überhaupt noch er lebt ich lebe was soll ich mit dem was soll ich damit okay der gibt mir sein tnt danke bro ich kann zwar mit dem tnt nicht umgehen aber ja wahrscheinlich kann er es auch nicht deswegen gibt er mir das tnt deswegen ähm ja kann das sein welcher wo welcher wo was ein typiger geh mal weg oder gehen wir schlafen oder ich habe ihn einfach mit den dingern geholt ich habe ihn einfach mit dem feuerbällen geholt aber der hat mein bett naja natürlich hat der mann bett komm und die aber die zwei die hust hust 2 das der gar hust hust jahre 6 als wir sogar noch was anderes wollen das hier und dann wo ich noch einmal Rüstung Rüstung die Rüstung die ist natürlich sehr Rüstung ja reden wir nicht drüber reden wir nicht drüber bro reden wir nicht drüber aber was ein Typ digga ich denke mir nur so ja er ist safe richtig nett so da macht er einfach diesen 31er Move digga ah ok brennt nicht mehr auch auch mal auf so einer kleinen höhe fall schaden bekommen das ist komplett und logisch eigentlich schon eigentlich schon kann ich noch nicht kaufen ok nur noch rot und ich ok naja gut das wird ja was sonst ich stelle mich einfach oh mein Gott kann ich hier was bauen nein warum kann ich da nichts bauen was ist das egal ich habe jetzt vier dirs da ist rot wo ist chayan chayan sind safe bei seiner base was ein ehrenloser digga ich dachte so ja der safe mega freundlich so er gibt mir seinen tnt und dann macht er diesen 31er move digga was ein ehrenloser so komm ein dia brauche ich noch ein dia komm gönn gönn ja ok 20 sekunden gut dann kann ich ja gleich nochmal herlaufen dann gehe ich nochmal erstmal zurück ich wollte gerade sagen ich schon mit schwert upgrade aber hab ich ja schon so jetzt jetzt gehe ich nicht mehr auf gold und eisen jetzt gehe ich nur noch auf die dias und holen wir auch das tnt ins inventar weil jetzt habe ich dafür platz und jetzt gehen wir auch außerdem auf die emirates da wir jetzt ja auch emirate forge gleich haben jetzt haben wir gleich auf emirate forge das heißt wir können jetzt auch ganz entspannt auf emirates chillen ja und da kam schon der erste emirate wohl wir gehen doch noch auf gold aber warte mal ich packe mal das tnt weg weil das tnt brauche ich halt echt nicht mehr und ich hole mir das hier doch nochmal wieder ins inventar ich lage halt alles hier jetzt im dingens in dem haupt inventar hier also in dem großen inventar weil da ist halt die übersicht ein bisschen größer so jetzt ist das ein bisschen sortiert wie man sieht ich sortiere das hier immer manchmal ein bisschen und irgendwie habe ich das gefühl der job nicht eins machen und ich treffe ihn nicht und ich habe ihn und ich habe ihn einfach geholt au 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 easy ich würde sagen ich bin gespannt easy easy einfach easy guck mal bam so und jetzt geht sie ab die luci so komm wir brauchen 8 komm wir holen uns trotzdem die 8 dias und machen molten forge weil dann geht das alles nochmal schneller und diese folge ist jetzt einfach schon drei einfach schon fünf minuten gefühl zu lang so geh mal weg digga du brauchst gar nicht wieder kommen geh mal weg komm geh mal weg hoffen hoffen wir nicht erhofft auch dass ich jetzt noch mit dem team digga warte wie heißt der wie heißt der wie heißt der l x zack 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 bam warte warte ich warte erst ob er die an nimmt ich chill noch ich chill noch ich chill noch ah okay das ist feuer das ist feuer und nicht er oder sie weiter l x l x n i i n i was da geh mal weg ich habe ein bisschen eingekauft so und 8 emeralds eracht hier ist sagt molten forge dann muss man noch das dir schwert und stick ich bin gespannt ob der die andere anfrage abnimmt was ich aber nicht mit glaube wie viel gold habe ich 17 17 damit kann ich mir halt nicht wirklich was holen was ich brauche ich brauche halt 6 emeralds für die dir ist sie weil ohne dir rüstung komme ich nicht weit ohne dir rüstung bin ich halt schneller tot als ich überhaupt lebe ich hole mir nochmal ich hole mir nochmal ich hole mir nochmal ich hole mir nochmal land stand 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 tschüss wo ok nevermind gg weil wir schauen noch mal dingen zu wir schauen wir schauen hier hier zu komm wir schauen hier zu ok hier ist es passiert ja gut ja moin dann sehen wir uns zum auto nochmal wieder leute wenn euch das video gefallen hat lasst ein like und abo da wie gesagt ab also die zehnte folge wird eine bad wars doubles folge mit einem kollegen wird heute noch aufgenommen und ja ich würde sagen bis zum nächsten mal in folge 9 bis dahin nicht sef Bis zum nächsten Mal.